Meine Kehle fühlt sich an, als würde sie brennen. Ich glaube nicht, dass ich diesen Gestank noch länger ertragen kann. Irgendetwas blockiert ihn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein abgetrennter Kopf? Lebt das Ding noch? Was zum Hänkern denke ich da gerade? So, jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, den Sprengstoff zu zünden. So, jetzt muss ich nur noch einen Weg finden. Der Laser hat den Verschluss der Kiste zerschnitten. Ich hoffe, ich habe den Inhalt nicht beschädigt. Was auch immer da drin sein mag. Das ist ekelhaft. Welcher kranke Bastard schließt ein paar Augen in eine Kiste ein? Jetzt ist er vollständig. Nichts passiert. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Was tut dieser Ort mit mir? Warum habe ich diese Körperteile zusammengesammelt? Die Körperteile, wie sind sie da reingekommen? Ich bin gefangen. Eine normale Duscheinheit. Ich glaube, sie ist kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Da ist etwas in den Dreck geätzt. Ich kann sie nicht öffnen. Das ist es Michael Mal.